Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass man die Anzahl der Möglichkeiten bei unabhängigen Entscheidungen mittels Multiplikation geschickt abzählen kann. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt und das ist auch schon sehr oft vorgekommen in diesem Videolernzyklus. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir die Ergebnisse der bisherigen Aufgaben, wo wir das bereits verwendet haben, zu einer allgemeinen Regel zusammenfassen. Also, es sind nun n voneinander unabhängige Entscheidungen zu treffen. Für das Gesamtergebnis ist die Reihenfolge der Entscheidungen wesentlich. Also, bei der ersten Entscheidung können wir aus k1 verschiedenen Möglichkeiten wählen. Unabhängig davon können wir bei der zweiten Entscheidung aus k2 verschiedene Möglichkeiten wählen und so weiter. Und unabhängig davon können wir bei der n-ten Entscheidung aus k1 verschiedenen Möglichkeiten wählen. Jetzt ein kurzer Arbeitsauftrag. Such dir zwei der bisherigen Aufgaben aus und überlege, welche Werte dabei k1, k2 und so weiter entsprechen. Nimm dir dafür kurz Zeit und dann besprechen wir weiter hier diese allgemeine Regel. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit ebenfalls die Aufgaben noch einmal angeschaut und habe mich jetzt auch für zwei entschieden. Ich werde noch kurz darüber sprechen. Die erste Aufgabe war das Schifferlversenken und zwar war das auch die allererste Aufgabe in diesem Lernzyklus. Beim Schifferlversenken war es ja so, dass die eigentliche Aufgabe die war, dass wir uns überlegen sollten, wie viele Paare bestehend aus einem Buchstaben und einer Ziffer aus den Ziffern von 1 bis 9 möglich sind. Das bedeutet zwei unabhängige Entscheidungen und bei der ersten Entscheidung konnten wir aus k1 gleich 26 Möglichkeiten wählen. 26 Buchstaben und unser k2 in dem Fall war 9, weil wir hatten die Ziffern von 1 bis 9. Eine andere Aufgabe, die ich mir überlegt habe, war das Vierer-Kajak. Im Vierer-Kajak hatten wir vier Entscheidungen und zwar für jeden einzelnen Sitz im Kajak und für die erste Entscheidung hatten wir dort sieben Möglichkeiten, weil wir aus sieben Rudern wählen konnten. Für die zweite Entscheidung hatten wir schon nur noch sechs Möglichkeiten. Für die dritte hatten wir dann fünf und für die vierte vier. Wie sind wir dann weiter damit umgegangen? Was könnte jetzt diese allgemeine Formel sein, von der ich schon vorhin gesprochen habe? Naja, die liegt fast auf der Hand. Wir haben sie schon die ganze Zeit verwendet und zwar die Anzahl der möglichen Gesamtergebnisse in so einer Situation beträgt dann einfach k1 mal k2 mal und so weiter mal kn. Also das hier ist einfach quasi als Formel ausgedrückt, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben und so sollten wir es uns jetzt auch merken, dass wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann können wir genauso immer arbeiten.